Herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Wir sind auf der Suche nach Ruby und sind hier in der Promenade unter einem alten Gebäude, haben hier das Versteck eines Kommunisten gefunden und arbeiten uns jetzt mal wieder weiter nach vorne durch. Stiefelabdrücke im Sand. Einer der Sohlen scheint abgenutzer zu sein als die andere. Verdächtig. Hatten wir nicht das auch bei den Fußabdrücken, die wir gefunden haben? Das Brummen wird lauter. Lieutenant, spüren Sie etwas? Nein. Was meinst du? Ein Schmerz, ein selbstsames Kribbeln. Ich hab sie auch gesehen. Fußabdrücke, bei denen die rechte Sohle abgenutzt ist. Sie sehen, wie sie ein Suspekt. Wenn sie nicht hier ist, müssen wir unseren nächsten Schritt vorsichtig planen. Wie meinen sie das? Wenn wir einen kritisierten Suspekt haben, wissen wir, was die Union und die Wild Pines tun werden. Wir setzen uns in Bewegung, die wir nicht über Kontrolle haben. Was denken Sie, wie schlimm es kommen könnte? Er lächelt in der Dunkelheit. Wir wissen, was Joyce über den Mord weiß. Aber ich habe vielleicht auch noch andere Dinge mit ihr zu besprechen. Ah, ja. Es wird nicht Zeit für das, wenn die Dinge runtergehen. Matter of fact, ich glaube nicht, dass es jetzt Zeit ist. Aber... Wenn du musst. Wir haben herausgefunden, dass der Phra plant, den Hafen zu übernehmen. Vielleicht sollten wir Joyce davon erzählen. Ich lasse das zu deinem Verwaltung. Du wirst schon wissen, was ich über die Ausflussinformationen denke. Es ist gefährlich, aber... Er ist einfach nicht sicher. Vielleicht wird es etwas sinnvoller. Was glauben Sie, was dort auf uns wartet? Ich glaube, ich sehe eine Kaverne. Vielleicht mehr Zollern? Ich glaube, wir haben es genug gehalten. Wir haben immer noch das Element der Überraschung. Ich wäre nicht so sicher. Du hast nicht genau schlafen. Oder vielleicht nicht. Irgendwann, wenn wir weitergehen, wird es kein Weg zurückgekehrt. Okay, wenn wir da durchgehen, gibt es keinen Weg zurück. Klare Ansage. Wir könnten nochmal mit Joyce sprechen. Ah. Wir riskieren es so. Der Lieutenant ist jetzt auch nicht so begeistert davon, wenn wir das machen. Und wir werden jetzt in diese Höhle gehen. Und dann gibt es keinen Weg zurück. Ein unter Sand und Staub versunkenes Betonrohr. Beherrschung und Schauder. Was haben wir jetzt aktuell an? Kopfgeist und Schauder. Ja, wir lassen es nochmal so. Ja, sollen wir reingehen? Ich glaube, wir gehen rein. Ja, wir gehen rein. Ich speichere nochmal. Zudem ist dein gesamtes Körper paralysiert. Aggressiv, weißer Geräusch befindet deinen Kopf. Eine verrückte Schmerz, die du noch nie fühlst. Sagt die schattenhafte Gestalt neben dem Gerät. Ich kann nicht sagen, dass es ein Glück ist, Officer. Ich war wirklich hoffen, nicht zu sein, dass du deine Freundin machen kannst. Aber hier sind wir. Als sie das Wort, Officer, sagt sie, fühlst du eine Schmerz in der Agony. Es klingt, wie die ganze Radiofreundungsrange Du hältst dir die Ohren zu. Ich habe die Befürchtung, dass wir sonst wieder Gesundheit verlieren. Nein, buddy. Das wird nicht helfen. Du kannst dich nicht ausführen. Es ist ein völlig neue Typ von Erfahrung. Viel schlimmer als alle die vorherigen. Nicht auf die Schmerzen. Fokuss auf deinen Job. Sag ihr, sie ist unter Arzt. Du brüllst durch das Rauschen hindurch. Sie sind festgenommen. Sie dreht an dem Rädchen in ihrer Hand. Werden sie mich auch umbringen? Nein, ich werde dich nicht verdammt töten. Wenn das mein Plan gewesen wäre, wäre er schon tot. Alles, was er betrifft, bin ich hier ziemlich grundsätzlich. Ich benutze einen pale Latitude-Kompressor. Du und dein Partner haben in ihrem Feld getroffen. Die Explosion der Static, die du hörst, ist die U-Land-Frequenz. Blastet von dem pale Emiter, den Angus erwähnt hat. Ich habe ihre Gleichung gesehen. Es ist die U-Land-Frequenz. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. A pale Latitude-Kompressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale. Literally crunch the distance across it. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job, manning those stations. All alone out there in the pale. people lose their minds in just a few years. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Mit großer Anstrengung gestikuliert er in irgendeine unklare Richtung. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale Latitude-Kompressions. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. She likes telling you about the machine. Keep her talking. Look for an opportunity to break loose. Was soll dieses verfluchte Grau überhaupt sein? The pale? It's the end of the world. Wo haben sie dieses Ding denn her? I built it myself. Sie nickt in Richtung ihres Folterinstruments. That's illegal. I'm guessing it's patent. But we are beyond that, aren't we? Oh yeah. Way beyond. Wird mein Zustand jetzt ewig andauern? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to study yourself though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. 3, 4, 2, 4, 5, 5, 7, 9, 10. Taregolips. Taregolips. We're slow. Haben Sie den Kompressor selbst erlebt? Das ist ja alles schön und gut, aber sprechen wir lieber über den Getöteten. Ja, lasst uns nicht darüber sprechen. Du hattest mich und fällst in meine Träte. Das ist alles, was es gibt, zu sagen. Also, sie denkt an Sie als Hörer, nicht an den Kompressor. Und an ihr selbst nur als Pfeil. Hm. Bitte, könnten Sie es nicht herunterregeln, damit ich Sie etwas fragen kann? Wenn Sie etwas sehr wichtiges zu sagen haben, können Sie es durch den weißen Geräusch machen. 2, 3, 6, 1, 8, 9, 2, 8, 1. 3, 6, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 0, 4, 7, 3, 0, 2, 8, 1, 9, 9, 9, 10, 4, 7, 3, 0, 2, 8, 1, 9, 10. Oh Rosaline, oh Rosaline, oh Rosaline, oh Rosaline, oh 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 Widerwillig tritt sie aus dem Schatten hervor. Der Schmerz lässt nach. Sie hat einen 2-Barrell-Frontloader. Bleib vorsichtig. Ich habe Sie in den Passagen gehört. Und ich habe es schon lange vorbereitet. Sie hat sie übrigens nicht verpfiffen, die Waschfrau Isobel. Aber warum haben sie die Kugel versteckt? Haben Sie Lally erschossen? Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich habe nur die Lallye geholfen, obwohl ich wüsste, dass das viel Unterschied zu dir macht. Wer mich ausfügt? War es Titus? Nein. Er hätte sich nicht zuerst verhaftet. Als ich ihr damit gedroht habe, sie zu verhaften, ist klar, sie hat eingeknickt. Sie hat mir alles erzählt. Oh. Gut. Ich glaube, ich wusste, dass ich immer wusste, dass sie ein Überzeuger über alles andere war. Aber sie konnte nicht wissen, dass ich auf der Kugel war. Wie hast du mich gefunden? Mit ihrer ersten Vermutung haben sie gar nicht so falsch gelegen. Mit ihrer ersten Vermutung haben sie gar nicht so falsch gelegen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie mir das gelingt. Ich bin hier nur reingestolpert. Können Sie mir diese Scheiße bitte mal erklären? Was ist das? Ich habe dir gesagt, dass ich es nicht getan habe. Das klingt ziemlich einfach für mich. Eine starkes Moral-Kumpf. Sie hat immer noch die Möglichkeit, sich selbst zu machen. Würden Sie sagen, dass Lally ein sympathischer Mensch war? Hatten Sie das Gefühl, Sie müssen die Gewerkschaft beschützen? Ja, sicher. Und ich mag nicht wilde Pien, die in diese foreign Hörlinge schicken. Ich und eine verdammte Menge von anderen Leuten hier. Ich liebe mich, der Behrer von schlechten Hörlingen zu sein. Aber ich glaube nicht, dass sie sich verletzt. Sie hat ihn nicht verletzt, okay? Es gab viele Menschen, die nicht mit solchen Körperkampen kommen. Außerdem sind sie gut bezahlt, was sie tun. Es gab nichts Persönlicheres, das sie an ihm gestört hat. Vor allem seine Art, mit Frauen umzugehen. Ich habe weitere Fragen. Haben Sie ein Alibi für den Zeitpunkt, als Lally erschossen wurde? Sie haben gesagt, dass sie sehr lange auf der Toilette gewesen sind. 15 Minuten. Ja. Und ich bin sicher, dass sie auch ein paar lustige Erinnerungen gemacht haben haben. Sie immer machen. Ich habe viel Zeit gemacht, und ich habe viel Bier gemacht. Ich kann auch nicht tun, ohne irgendwelche Kraft, von Mind Over Bladder. Und in Ordnung, das wäre nicht genug Zeit. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 15 Minuten. Schau mal, Mann. Ich könnte auch bei der Bar. Sie sprechen die Wahrheit. Okay. Sie haben eine Waffe. Und? Das ist ein Vorderlader. Haben Sie irgendwo noch eine Waffe? Wo haben Sie die her? Aus welchem Waffenladen? Das hört sich nicht wie der Name eines echten Ladens an. Ich kann nicht genau sagen, was für ein Waffentyp ist das? Ein Nackthway AD Frontloader. Zwei Barrels. Das ist nicht wirklich, was Sie schauen wollten. Ich glaube nicht. Das Merk wurde wahrscheinlich von einer Distanz mit einem militärischen Räuf. Sonst hätte jeder bei der Whirling den Schuss gehört. Bezugs zusammen. Es gibt noch mehr Indizien, zu denen ich Fragen habe. Ja. Evidenz. Sie mochten Klasie sehr. Ich fand sie ein guter Freund. Ja. Aber sie wollten mehr als nur Freundschaft. Oh. Das ist eine sehr sentimentale Art. Wir beide hatten pastes. Wir wollten nicht mit uns. Und wir lieben uns zu hören. Wir lieben uns zu hören. Warum nicht gehen auf eine Räuf? Die Lieutenant sieht sie aus. Obtächtlich. 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 Okay, gut. Ich war into sie. Klasie war into mich, auch für ein Mal. Ich weiß es. Wir haben sogar überrascht. Und ja. Nach dem, ich dachte, dass wir vielleicht ein bisschen machen können. Klasie nur sagte, dass sie... Vielleicht küsst. Someone is lying here. Wenn das ist, was sie auf dem Rekord will, dann mach es. Ich werde nicht in die Details gehen, um dir später zu schlafen. Serious. Geh weiter. Und was ist dann passiert? Sie hat mich mit einigen Wischi-Washi-Bullshit verliebt. So wie sie mich verliebt, weil sie mich so nahe fühlt. Und sie hat so viel wertvoll gefühlt. Und wie schuldig sie mich für mich aufzuhalten. Ich wusste, dass das nicht die ganze Geschichte war. Aber ich dachte, okay. Ich nehme es und weiter. Oh, dann. Es war nicht ein Problem für sie. Sie hat gesagt, sie seien sehr wütend geworden, als sie damit begonnen hat, sich mit Lely zu treffen. Sie hätten sie bedroht. Ja. Ja. Eine Woche, wir waren beide trinken. Ich sagte einige heated Dinge darüber, wie gefährlich sie mit Menschen waren. Ich hatte ein bisschen Angst, um es auszudrücken in ihrer Kopf. All die Drogen, die sie macht, kann man sich fühlen, wie man in einer DeLorean Tragedie fühlt. By the way. DeLorean Tragedies sind noch in großartig. Für innovation in Sprache und Motiven. Sie sind auch genannt für überwaltige Emotionen, die zu katastrophischen Ergebnissen führen. Ja. Die Mädchen sahen erschrocken. Die Merck war außerhalb von dem, was mit seinem mortalen Köln geschah. Es war ein Kechner. Was zur Hölle, Mann? Ja. Warum nicht? Ich habe es schlimmer geworden. Es gibt noch anderes, wonach ich sie fragen will. Lungern Sie gerne auf Dächern rum? Wer nicht? Oh, du meinst wahrscheinlich Klausias Riptal. Ich bin sicher, ich habe da gehalten. Sie hat diese große Antenne. Ist das der einzige Grund, warum Sie auf dem Dach herumgelungert sind? Was ist denn an Ihrer Antenne so toll? Es ist sehr stark. Ich habe es benutzt, um zu RCM-Frequenzen inzunehmen. Das ist, wie ich wusste, um Ihre Aufmerksamkeit zu vorbereiten zu sein. Sie sind sich also sicher, dass Sie den Söldner nicht vom Dach aus erschossen haben? Ja, ich bin sicher. Und irgendwie, wie ich gesagt habe, der Schloss musste von außen kommen. Haben Sie auf dem Dach Blumen für Klasia hinterlassen? Nein. Gifte von Blumen und Kandys sind nicht wirklich mein Stil. Nicht einmal Wildblumen, Maiglöckchen zum Beispiel? Nein. Aber Klasia hat getrauert. Ich wusste nie, warum. Wenn jemand stirbt, eine haute Haus mit Blumen muss auch sterben. Nein, ich habe nicht. Sie schmuggeln Drogen für die Gewerkschaft. Ich habe Ihren Lastwagen durchstöbert. Also, ein Herz von Gold, Tommy, hat mich auch überrascht. Ich habe nie einen Musiker. Das kommt wirklich als Blumen, glaube ich. Vielleicht schritte den Knopf. Nur in der Fall. Mach sie mehr zufrieden. Nein, hat er nicht. Ich habe ihn auf eigene Faust geknackt. Oder? Oder doch, ja, ich habe ihn zum Reden gebracht. Was jetzt? Sie sind eine Kriminelle. Ich kann Ihnen kein Wort glauben. Das bedeutet, Sie sind bereits eine Aktenkunde. Sie sind eine kündige Mörderin. Denn Drogen bringen Menschen um. Drogen machen nicht Menschen, die sie verabschieden. Das macht Hoffnung. Wie der Drogenkunde? Es würde mit oder ohne mich funktionieren. Ich glaube, dass meine Effizienz als Organisator zumindest ein internes Konflikt verhindert hat. Sie ist froh, dass ihre Organisatoren, sogar Männer, und sie versucht, diese Freude als Bullwark gegen die Desperation zu erhöhen. Nein. Einen finanziellen Anreiz, den Söldner zu töten. Aber sie bedrohen uns damit. Based on what I've heard about you, you are serious scum. Okay, nochmal zurück zu etwas anderem. Ja? Woher? Mehr. Mehr Fragen bevor ich nichts mache. Ja, wir sind schon bei 58 Prozent. Ähm... Wer hat den Söldner auf dem Gewissen, wenn nicht sie? Wie sollte ich wissen? Wie ich immer sage, hat er bereits ein Bullwark in seinem Kopf, als ich ihn hatte. Und es gab keinen sinnvollen Gossip über die Radio. Die Linke. Die Linke. Ihre Augen. Sie haben verstanden, die in der Zeit. Sie haben lange lange, auf die Gespräche riecht. Die Linke. Sie haben sich in der Zeit verliegen. Sie sind die Linke. Sie haben ihn gesehen? Sie haben den Fall? Sie haben ihn da gesehen. Ich kann ihn sehen, in der Klausia. Lied auf der Seite. Er war noch warm. Aber die blühen-hörter Schlauchte mit dem wegschrauben. Er machte ihn so, als ob er für einen guten, langen Zeit tot war. Er schüttet dich, wehrlich, als ob er deine Sincerität beendet hat. Es ist okay. Wir wollen nur... Okay, nicht über ihn zu töten. Ich schiebe den Schein mit Hardy und den Jungs über ein paar Beeren, wie immer. Dann kommt Klasia, alle schmerz und schmerzend. Sie sitzt mit einem Drink, versucht, ihre Nerven zu stützen. Also nehme ich einen Seat neben ihr. Oh ja, super. Aber ich habe nicht zu viel davon gedacht. Ich habe sie schon hart gesehen. Nein, ich habe es wirklich nicht. Sie ist nicht so leicht zu lesen. Ich habe nur gedacht, sie hätte zu viel Blut gemacht. Es wäre nicht ein Erst für sie. Aber... Kein Glück. Sie war in einem tiefen Schein. Sie hat mich gefragt, um nach oben zu kommen. Der Merck, mit der sie zu gehen, lag auf dem Bett, tot. Ich wusste, dass sie nicht mit den Autoritäten konzentrieren konnte. Also, ja... Du hast es gesehen, wie es in der Hand war. Klasia... Achso, müssen wir mal gucken... Klasia fand es merkwürdig, dass sie so schnell einen Plan hatten. Was? Nein. Fakieren und lynchen war ihre Idee. Die Idee? Die Idee? Ja. In cold blood. Es hat mich wirklich beeinflusst, wie schnell sie konnte, wie schnell sie sich aufhören, als wir da sind. Es war wie sie eine andere Person. Die Party-Gerl ist weg. Sie hat mich geholfen, ihn in den Schueren, damit sie die Schueren-Hüttel um seinen Nacken konzentrieren konnte. Um die Lividkeit zu verhindern. Dann hat sie ihn gekämpft, während ich den Hardy-Gerl. Sie lief dich über das auch. Duschkopf? Erfinderisch. Ja. Ich war nicht sicher, ob sie sie anzunehmen, oder sie beobachten. Glauben Sie, sie könnte Lally selbst getötet haben? Als ich immer sagen, wir haben nichts gehört. Nichts. 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 Aber, wenn das wahr ist, werdet ihr worried? Das bedeutet, dass ich mich zu... War? Das Gefühl hat mich gebrochen. Aber die Mercenaries' sterben war zu haben, was auch immer wieder. Although, wie es geht? Sie wollen nicht darüber reden, aber nicht, weil sie etwas zu tun hat. Sie wollen nicht die Schuld. Fuck es. Wenn Sie ihn nicht getötet haben, warum verstecken Sie sich dann? Ich sah Sie in die Stadt. Ich war nicht so, um sich herum zu fragen, um die Frage zu fragen, von einem Gottabend von La Puta Madre. Was meinen Sie damit, Agent von La Puta Madre? Ja. Sie. Jeder sagt, dass Sie sein Peon sind. Sein... human-Kan-Obener. Oh... ... ... ... ... ... ... ... Unsinn. Sie wollen mich doch nur... ... ... ... ... Sagen Sie, wie heiße ich, wenn Sie das über mich wissen, müssen Sie meinen Namen kennen. Scheiße, ja, ich bin ein Agent von La Puta Madre. Sie sollten mich besser geben lassen. A man in a white suit walks through a garden coaxed from soil that had once been covered in asphalt. A city block closed off from the rest of the city by dark buildings. Rows and rows of poppies, most of which have lost their pink bloom, flank his steps. The man looks around, then up at the sky, sighs. Warum hat dieser Madre überhaupt so ein Problem mit Ihnen? Als ich in der Stadt eingetroffen bin, war da jemand bei mir? Wer waren die Mitglieder dieser Schwadronen? Was können Sie mir noch erzählen? One of the guys seen Chipper, a blonde. The other had a brooding something or other about him. And the woman, the woman was the only one in uniform. All were carrying. That sound about right? No idea who these people are. Literally. Satellite-Officer Vitmeer looks out of the window grimly, then puts his coffee down and turns to the patrol-officer Miner. We can either take a room here in the whirling or go home for today. Let's go home, John. Nothing's going to happen today, she responds quietly. John takes his blonde-weeper off. Call Heidelstam. He can go to the Sarai. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Sie sind in Martinez. Christian, lock, set. Komm und lebe mich hier! Sie ist der Lieb! Fantastisch. Ich muss auf den Weg gehen. Dann kannst du deine Freunde finden. Obwohl du etwas, was mich zu fragen hast, hast du etwas, was mich zu fragen. Wissen Sie etwas über den Bunker nebenan? Welcher Bunker? Das Kommunisten-Versteck da hinten. Ich weiß nicht nichts über das. Niemand hat sich vorhin, seitdem ich das Camp aufgestellt habe. Aber ich bin sicher, dass ich nicht der erste Vagabond, um... Ihre Stimme verändert sich allmählich zu einem weißen Rauschen in deinem Kopf. Es ist, als würdest du jeden Augenblick ein Aneurysma bekommen. Äh, gleich habe ich nichts mehr zum... ...Heilen. Ihres Kierns. Ihres Kierns. Bekrümmst dich vor Schmerz. Wir haben eine 4 gewürfelt. Das ist ja unglaublich schlecht. Kim! Kim, machen Sie, dass es aufhört! Wissen Sie etwas über das Tribunal, das die Söldner planen? Das Tribunal ist ein wahnsinnig lustiges Wort, was sie tun werden. Aber ja, ich hörte ihre Frequenz. Sie haben ihre Anfängerung geschlossen. Jetzt werden sie eine Show setzen, bevor sie eine Anfängerung anbieten. Warum sind immer nur alle gegen mich? Ich frage mich das gerade jetzt, auch. Anyway, ich glaube, dass Sie nicht wissen, dass ein 3er Mercenari kommt in der Zeit für die Tribunal. Jetzt Sie wissen. Wenn ein Hornet töten 40 Honebeer in einem Moment töten 40 Honebeer in einem Moment, dann 3 Hornets werden können töten 120 Honebeer in einem Moment, oder mehr, denn sie werden auch aufhört aufhört einen anderen. Ein 3er? Oh, das ist schlimm. Ich verkrafte das nicht mehr. Gehen Sie einfach. Ich bin glücklich, dass Sie von Unterstützung gewesen sind. Bestes Glück zu Ihnen, Officer. Ravishal ist eine B***h. Die Frau riecht hinter Sie und verschwindet in die Schmerzen des Tunnels. Alle Dinge, die es umgekehrt haben, könnten es schlimmer werden. Warten Sie, sollten wir sie nicht verfolgen? Nein, ich glaube nicht, dass sie es getan hat. Sie ist jetzt jemand anderes. Es ist zu late jetzt, also. Sie ist weg. Und was jetzt? Jetzt müssen wir eine wirklich gute Begründung kommen, warum wir direkt in eine Trappe wie so. Das wird nicht gut in der Rapport. Ihr Tante. Vielleicht ist es da etwas. Erledigt. Halte in der Küste nach Ruby aufschau. Ruby ist verschwunden. Gehe jetzt zu ihrem Zelt. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir haben hier auch einen Fähigkeitspunkt. Den würde ich mir aber aufheben und gucken, was wir dann noch so für lustige Proben dann haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.